Die Gründe sind einfach. Ich kenne das Umfeld, es ist eine super Organisation. Ich kenne Mladen schon seit sehr langer Zeit. Wir waren immer im Kontakt. Als dann die Anfrage kam, ob ich nicht bereit wäre, musste ich nicht lange nachdenken. Ich denke, das sind die ausschlaggebenden Gründe. Als ich damals Oldenburg verlassen habe, habe ich die Situation gesucht, wo ich viel Verantwortung übernehmen darf, wo ich viel lerne, viel spiele. Die hatte ich in Kreilsheim, auch in Bremerhaven und jetzt auch in Braunschweig. Ich habe auch in der Zeit bei Alba viel gelernt unter Sascha. Ich habe mich einfach als Spieler weiterentwickelt, mehr Selbstvertrauen entwickelt, mehr Routine entwickelt, habe wirklich viele Aspekte in meinem Spiel verbessert und bin schon ein anderer Spieler, als ich Oldenburg vor zweieinhalb Jahren verlassen habe. Ich freue mich sehr vor den alten Fans zu spielen. Wir hatten ja vor einem Monat ein Auswärtsspiel mit Braunschweig damals noch hier in Oldenburg. Da wurde ich auch sehr nett begrüßt. Ich freue mich wirklich wieder zu spielen, wieder vor den alten Fans. Ich freue mich auch auf die tolle Atmosphäre und die Energie, die die Fans auch uns als Mannschaft immer wieder geben. Darauf freue ich mich riesig. Ich werde heute mal einen Tag sozusagen im Leben eines Basketball-Bundesliga-Profis verbringen.